Moin zum Palmarillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Repsplay. Letzte Folge haben wir mit Rook ein bisschen was aufgeräumt, dann hatten wir schon Lucy und Jade und jetzt widmen wir uns einfach dem nächsten Einsteigerheld, das wäre dann Ashka. Eine maskierte Kreatur, spezialisiert im Gebiet der dunklen Magie und pyrokinetischen Kräften, belegt seine Gegner mit Verheerung. Heeren in Feuer zaubern und meidet den Nahkampf. Lass dich nicht von seiner Größe täuschen, Ashkas innerer Dämon versetzt alle in Furcht, die ihm gegenüberstehen. Okay, dieser schnell ist, ja okay, beginner friendly. Oh lol, was ist das für ein kleiner Kerl? Okay, wir lesen mal seine Attacken durch. Ähm, ja, also wir haben hier den Fireball, verursacht erneut Ignite beim Einschlag. Aha, Ignite, acht Schaden über sechs Sekunden. Dann haben wir hier Firestorm, feiere drei Projektile von Firestorm ab. Jedes Projektil verursacht 14 Schaden und entzündet den Feind. Dann kriegen die nochmal Ignite. Okay, Space, haben wir Searing Flight. Verwandle dich in Feuer und reise an ein Zielort. Ah, also kann ich mich so wie den Sprung, hä? Flamestrike, lass einen Bereich in Flammen aufgehen. Füge so 20 Flächenschaden zu und verursache es dann bei Feinden. Okay, sehr geil. Molten Filz, verwandle dich in einen Magma-Faust und stürme nach vorne. Füge es näher zu und stößt den Feind zurück. Firewall, beschwöre eine Feuerwand am Zielort. Die Wand blockiert Projektile und entzündet Feinde, die durchlaufen. Und dann haben wir noch Infernal Scorch, so wie Igeam-Scorch. Okay, verwandle dich in einen Feuerelementar und stürme vorwärts. Dabei fügst du 36 Schaden zu und entzündest Feinde. Verbrenn den Boden unter dir, was 4 Schaden alle 5 Sekunden macht. Okay, dann würde ich sagen, starten wir mal mit dem kleinen Typ und seiner lustigen Feuermaske. Wiii! Er ist schon cool gemacht. Den Mount kann ich nicht drehen, hä? Kann ich auch jetzt nicht anklicken, schade. So. Dann würde ich sagen, ich gönne mir noch einen Schluck. So, die Flasche ist leer. Zum Glück habe ich einen Sodastream und kann mir immer jederzeit neues Wasser machen. So, also wir werfen mal hier ein bisschen. Was haben wir denn? Flamestrike verbrennt im Bereich. Flamestrike ist Q. Finde ich geil, finde ich geil. Komm, wir machen das. Wir tun es gut. Und ich kann es nicht verbringen, verbringen, verbringen! Hilfe! Oh Gott, der krank. Und los. Jihau, heißt der Typ. Alles klar. Ah, hat mich direkt was erwischt. Ah, okay. So sieht das aus. Machen wir mal gleich rechtsklicken. Oder machen wir jetzt? Ah. Sehr schön. Ein paar Leben bekommen. Hi, Dude. Oh. Aufpassen, Leute. Warte. Brenne! Alter, was ist das denn? Okay, wir haben ein bisschen Heilung bekommen. Alter, ich bin echt im Arsch. Okay. Okay. Oh. Alter. Oh, ich bin voll von dem abgeprallt. Okay, vielleicht hätte ich rechte Maustasse machen sollen, anstatt irgendwas anderes. Alter, jeder Typ ist ja auch übel, ey. Okay, erste Runde hat nicht so gut geklappt. Firestormfeuer hat ein zusätzliches Projektil ab. Lava Punch. Molten Fist. Verwandle ich einen Magma-Faust. Ich mach das einfach mal. Ah, das ist das. Das ist der Sprung. Muss man sich auch alles erstmal merken hier. Raum einfach rein, das Getümmel hier. Alter, ich muss hier raus. Oh. Alter. Alter. Q, mach doch Q. Oh oh. Ich brauch Leben. Okay. Wir haben verloren. Wo kriegt man denn Leben her? Lol. Ah, ey. Die haben ja echt fast gar keine Leben verloren. Vor allem der hier. Ist das ein Heiler, der Typ? Was redet der da? Treffer durch Fall ist um. Rechte Maus, das ist der. Machen wir mal das hier. Ab geht's. Ah, Alter. Der Typ. Ja, Alter. Ich kann gar nichts machen gegen den. Hüpf mal weg. Junge. Der kann ja jedes Mal über mich drüber hüpfen. Ja, und schon wieder tot. So, dann zeig mal, was du kannst. Den hat den Kopf. Ulti. Das war sein Ulti. Boah, hier der Typ ist so krass. Ja, wir haben verloren. Und tot. Also, die Sonne war echt schlecht. Aber was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Also, ich finde den Helden echt krass hier. Den, der hüpft an mich dran. Und da kann ich eigentlich nur einmal mit Space weg. Aber dann ist er ja direkt schon wieder an mir dran, der Typ. Weil der kann ja, was weiß ich, wie oft hüpfen. Aschka. Ja, von dem bin ich jetzt noch nicht so begeistert. Aber wir werden noch zwei Runden, werden wir ihn ausprobieren. Manchmal muss man die Helden ja auch erst ein bisschen lernen. Also, natürlich, wenn man dann mit dem verliert, weil man den halt nicht so gut kann, dann ist es immer noch was anderes. Dann möchte man den Helden auch nicht so gern mehr spielen, sage ich mal. So, also, das ist das hier. E ist die Faust, Q ist das da. Okay, dann ist er, was ist das? Ah, das ist die Feuerwand. Machen wir das. Also, Q, E ist Base, rechts. Also, es gibt so viele Attacken hier. So viele Attacken. Und sie können nicht gewinnen. Auf, damit zu shooten. Yo, Counter, oder was? Oh, daneben. Oh, getroffen. Alter, was macht der denn? Ey. Der hat ja gar keinen Schaden bekommen bisher. Oh, oh. Heiliger. Oh, oh. Warum macht denn der dem kein Damage? Ey, der hat gar keinen Schaden genommen. Da ist schon wieder der Typ dabei. Also, den muss ich auch mal spielen, auf jeden Fall. Der scheint ja richtig krass zu sein. Hm. Komm, dann ein zusätzliches mit der rechten Maustaste. So, schnell. Ein Stück Schoki. Ab geht's. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Hey. Hop. Hop. Oh, ja. Den kriegst du nicht kaputt, ey. Boah. Keine Ahnung. Also gegen die komme ich nicht an. Die halten beide so viel aus. Flamestrike heilt nicht. Ich glaube Heilung ist immer wichtig irgendwie. Je länger man lebt, desto mehr Schaden kann man austeilen. So ist es nun mal. Wer will nach oben? Junge, Junge. So, rein da. So, haben wir ihn ein bisschen weggehauen. Alter, Counter. Hoho, ich hab ihn getroffen. Lol. Okay, eine Runde haben wir gewonnen wenigstens. Also hier klingt es besser. Wenn ich linke Maustaste gedrückt halte, mache ich auch mehr Schaden. Kleiner Typ. Also langsam, jetzt habe ich mich ein bisschen dran gewöhnt. Also nächste Runde wird auf jeden Fall besser. Was haben wir hier? Äh, Ignite, reduzierte Bewegung. Alter, das ist gut, ey. Okay, Pammarillos. Jetzt müssen wir uns ein bisschen anstrengen. Düp-düp-düp-düp-dü. Wir können auf jeden Fall noch gewinnen. Toll. Alter. Marien. Jawoll. Oh, fuck. Oh, fuck. Nein, der hat mich erwischt. Ich stand noch drin. Ah, wir haben den einen noch besiegt, ey. Aber der hat uns jetzt fertig gemacht, weil der hatte noch zu viel Leben. Okay, 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 okay. Machen wir noch eine dritte Runde. Leider nicht gewonnen, leider nicht gewonnen. 25 Gold. So, ich bin bereit. Ich bin in Form. Okay. So. Puh. Also langsam komme ich auch mit den Attacken zurecht. Ich weiß, was alles macht. Ich sehe, auch diese Flame-Wand ist eigentlich nicht verkehrt, ey. Weil der macht auch guten Damage. So, was haben wir denn? Space. Ey. Ich spiele eigentlich viel mit der Q, dann skillen wir die mal. Auf geht's. So, wir haben wieder diesen Wüstenspringer dabei. Okay. Ein Nether. Oh, da ist so ein Wasser-Typ. Ah, Wasser. Alter, ich bin gesilenced. So, einen haben wir. Ah, ich habe keine Q ready. Oh, oh, ich muss erst mal weg. Okay. Oh, da kommt ein Hai. Okay. Alter. Oh. Nein. Der Hai. Nein, der Schuss. Oh, ich war jetzt voll irritiert, weil der Rand immer näher kam. Aber was, das halt auch effektiv ging, Feuer, ne? Muss man auch schon so sagen. Da habe ich ein bisschen Leben bekommen, noch 10, aber es hat mir auch nicht gereicht. Hm. Moldenfest, ne? Finde ich irgendwie ein bisschen blöd, weil da muss ich in den Nahkampf gehen, so. Mit der Attacke. Ich finde eigentlich die Q, rechte Maustaste und so, die sind schon ganz cool. Man muss aber auch Fernkampf bleiben. Man ist halt reiner Fernkämpfer. Alter, da geht's schon los. Loll, wo kommt, wo geht ihr hin? Oh. Okay, ich kann das Ding holen. Habe ich. Oh. Bisschen Feuer. Oh, mach die Sau, mach die Sau. Jawoll. Wo sehen? Und shoot, shoot. Nein, die absorbiert ja hier den Scheiß. Haha. Alter, wie viel hält die aus? Aha, jetzt. Junge, 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 Junge. Hier hat was ausgehalten. Hier hat das irgendwie absorbiert oder sowas. Ja, das ist halt, ich kenne die anderen Helden halt noch nicht, deswegen weiß ich nicht, was, wer da so machen kann. Flamestrike heals you, das ist echt geil. Okay, dann auf. Komm mal auf dein edles Ross. 3, 2, 3, 2, 1, ab geht's, runter. Oh, du triffst mich nicht. Oh, up. Oh, up. Wunderbomb. Wow, Snipe. Oh, noch ein Snipe. Alter, wie kann die sich so krass heilen? So. Oh, ich finde ausgespuckt oder was? Oh, ich finde ausgespuckt oder was? Nein. Ich bin gesilenced. Nein, jetzt bin ich weg. Und da komme ich wieder raus und tot. Oh, kacke. Die Ulti ist krass, also dass da der High kommt, weil das ist so ein großer Wirkungsbereich. Da muss man direkt im Space rausspringen und so weit bin ich noch nicht mit dem Denken. Ihr sitzt jetzt bestimmt so vor dem Bildschirm und sagt, oh, do your space, was ist los? Springe da raus. Aber naja. So, machen wir die mal ein bisschen langsamer, dann kommen wir auch besser hinterher. Also der Held ist schon ganz cool, er hat aber auch seine Schwachstellen. Also er hält nicht viel aus. Und ja, ich weiß nicht. Okay, auf geht's. Und Attacke. Hau doch ab, du dumme Sau. Oh Mann. Hol uns das hier. Nein, 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 nein. Der kann halt, der kann voll heilen, der dumme Sau. Oh Mann. Oh, der hat mich schon wieder erwischt. Oh Mann. Ich bin gesilenced. Oh Mann. Okay. Jetzt müssen wir den nächsten zwei gewinnen. Ah, ich merke schon, der hält ist nicht sowas für mich. Ich hätte gerne auch so einen Healer oder sowas. Also ich finde das so krass für die, die sich wieder hochheilen kann. Ach, das war's ja schon. Ach, die hatten schon zwei gewonnen. Ah, okay. Gut. Mal gucken, was wir bekommen. Nix. Also, dann würde ich sagen, das war's erstmal mit Ashka. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ich falsch gemacht hab. Ähm, außer, dass ich Scheiße gespielt hab. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge beim nächsten Held. Also, bis dahin. Danke fürs Zuschauen und stay pan. Tschüss. Anzug. Bitte markiere meine Feinde. Denn Dana kann zu schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar. Denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nix verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete. Schick den Kommentar. Denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungspro... Ja, ich habe Verbindungspro...